Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zum dritten Türchen des Mappen-Update-Adventskalenders. Heute mit der UEFA Champions League Magitex 2021 Trading Card Kollektion von TOPS. Damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors Video und gleichzeitig dem dritten Türchen des Mappen-Update-Adventskalenders. Hinter dem sich heute die dritte wichtige Kollektion aus diesem Herbst verbirgt, die aktuellen Trading Cards von TOPS zur UEFA Champions League. Und das ist glaube ich auch die Kollektion, über die man am kontroversesten diskutieren kann. Das geht schon mit dem Erscheinungsdatum los. Die Kollektion ja bereits Ende August in England erschienen, dann in der zweiten Septemberwoche zu uns nach Deutschland gekommen. Also das alles schon zu einem extrem frühen Zeitpunkt, obwohl die Champions League Gruppenphase erst Ende Oktober gestartet ist. Es war also eigentlich gar nicht nötig, so früh eine Champions League Kollektion auf den Markt zu bringen. Hat aber natürlich immer noch damit zu tun, dass TOPS mit der Magitex Kollektion in England um Marktanteile kämpft und da Ende August direkt gegen Paninis Premier League Adrenalin XL Kollektion antreten wollte. Das Ganze hat dann natürlich dazu geführt, dass wir eine Kollektion haben mit zahlreichen Spielern, die noch den Verein gewechselt haben. Zudem hat es dann noch nicht mal für eine Checkliste in der ersten Variante gereicht. Was man hier links schön am UEFA Champions League Pokal sehen kann, der sich dort befindet, wo normalerweise die Checkliste ist. Die hat man ja dann mit dem ersten Update nachgereicht und die Kenner unter euch werden jetzt bereits erkannt haben, dass das ja auch nicht die Original-Sammelmappe von TOPS ist. Denn die ist nämlich, wenn man alles zu dieser Champions League sammeln möchte, deutlich zu klein. Und da habe ich die Karten in die Mappe der letztjährigen Premier League Kollektion von Panini gepackt. Denn die hatte wiederum so wenig Karts, dass diese große Sammelmappe dafür überdimensioniert war. Lässt sich also gut gegeneinander austauschen. Und dann beginnt natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie bringt man in dieses chaotische Sammelsurium, was TOPS an Karts veröffentlicht hat, ein bisschen Struktur. Ich habe mich hier auf der ersten Seite dafür entschieden, die Taktik-Karten ähnlich wie bei der Bundesliga anzuordnen. Und habe die anderen fünf Felder dann mit verschiedenen Karts für die App-Codes aufgefüllt. Die beiden hier oben stammen aus den britischen Kartenpäckchen. Die in der Mitte kennt ihr sicherlich aus, den deutschen Kartenpäckchen. Und die beiden hier unten sind aus den Kartenpäckchen des Update-Packs, sodass wir so ein kleines Puzzle-Bild haben. Schöner wäre es natürlich, wenn man beispielsweise den Champions-League-Pokal, den wir hier links sehen, als Puzzle-Bild aus neun Karten hier rechts zusammensetzen könnte. So, danach habe ich mal versucht rauszufinden, nach welchem System TOPS die Mannschaften, beziehungsweise die Länder, aus denen sie kommen, hier in der Sammelmappe sortiert. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, erfolgt das nach der UEFA-Fünfjahreswertung und innerhalb der Länder nach der Abschlusstabelle in der vorherigen Saison. Daher machen die Spanier mit Real Madrid den Anfang, wie ihr sehen könnt, bei dem mir als einzige Karte noch das Wappen fehlt. Und hier das Ganze, so wie es sein soll, ein Team mit 18 Karten. Auch wenn es sicherlich nicht schlecht gewesen wäre, wenn man das Ganze vielleicht durch eine Special-Karte, wie zum Beispiel die Starspieler bei der Bundesliga, aufgelockert hätte. So hat man zwar zwei besondere Karten und das sind jeweils hier oben die Club Hero und Allrounder Karten. Die kommen aber komplett im Look der Base Cards, fallen somit also nicht wirklich auf, außer dass sie da oben direkt neben dem Wappen einsortiert werden. Hätte für mich nicht unbedingt sein müssen, wegen mir hätte man die auch gern in der normalen Reihenfolge belassen können. So, nachdem wir mit Atletico das dritte spanische Team gesehen haben, kommt dann bei mir erstmal eine Lücke in der Sammelwappe, denn hier habe ich Platz gelassen für die restlichen spanischen Mannschaften, die es exklusiv in der in Spanien erschienenen Kollektion gibt. Das dann unverständlicherweise aber wieder nur mit 16 statt 18 Karten, sodass hier unten immer zwei frei bleiben, in denen ich schon mal zwei dieser App-Codes gepackt habe. Nach Atletico würde dann also der FC Sevilla kommen, danach käme Real Sociedad aus San Sebastián, dann Villarreal und zum Abschluss der spanischen Teams hätten wir dann noch den FC Granada. Die alle, wie gesagt, mit 16 Karten und dann geht es mit den britischen Teams weiter und dem letztjährigen Sieger der Premier League und das ist der FC Liverpool. Auch hier fehlt mir ähnlich wie bei Real Madrid noch das Wappen. Nach Liverpool haben wir dann Manchester City, bei dem man die Diskussion um diese Kollektion direkt wieder weiterführen könnte. Denn zum einen haben sie im Vergleich zu den anderen englischen Teams nur 16 statt 18 Karts bekommen, wie ihr schön sehen könnt. Und zum anderen, und das ist euch vielleicht aufgefallen, wenn ihr Tins, Multipack, Minitins oder die großen Megatins geöffnet habt. In all diesen Produkten sind keine Karts von Manchester City oder Tottenham, für die genau das gleiche Geld enthalten, sondern die beiden Teams findet ihr ausschließlich in den Displayboxen. Eine Tatsache, die von Tops ganz elegant verschwiegen wird, die für mich aber den Sammlern gegenüber ein absolutes Unding ist. So, Manchester City haben wir gesehen, dann geht es weiter mit Manchester United, bei denen noch drei Karten fehlen, unter anderem auch wieder das Logo. Dann kommt mit dem FC Chelsea zur Abwechslung mal ein komplettes Team. Danach haben wir Leicester City, farblich gar nicht so einfach von den Chelsea Karten zu unterscheiden, da sie genau den gleichen gelbblauen Hintergrund bekommen haben. Und dann haben wir das eben schon angesprochene Team von Tottenham, das ebenfalls nur aus 16 Karts besteht. Und hier gibt es dann auch, wie ihr oben schön sehen könnt, kein Club Hero und kein Allrounder. Also ein ziemliches Chaos, was Topsa in dieser Kollektion veranstaltet. So, dann kommt mit dem FC Arsenal ein Team, was nicht in der Ursprungskollektion enthalten ist, sondern ausschließlich über die beiden Update-Multipacks. Das habe ich aber, um in der passenden Reihenfolge zu bleiben, hier vorne bei den normalen Teams einsortiert. Hat ja auch, wie Tottenham und ManCity immerhin 16 Karts bekommen. Für 18 hat es dann auch hier nicht gereicht. Und nach den Teams von der britischen Insel kommen dann die deutschen Mannschaften mit dem FC Bayern. Dann haben wir Borussia Dortmund, bis auf eine Karte komplett. Dann RB Leipzig. Und erfreulicherweise auch mal wieder dabei die Borussia aus Mönchengladbach. Das Ganze auch hier wieder nur mit 16 Karten, wie ihr schön sehen könnt. Und dann kommen wieder ein paar leere Seiten, denn in der Ursprungskollektion, und auch das sicherlich ein Punkt, über den man diskutieren muss, kein einziges italienisches Team enthalten. Die finden sich dann alle ausschließlich in der Italien erhältlichen Magitex-Kollektion. Hätte ich euch natürlich genauso wie von den spanischen Teams gerne schon was von gezeigt. Allerdings warte ich auf meine Bestellung der spanischen Karts bei Tops bereits seit Ende Oktober. Und die italienischen Displayboxen waren so schnell vergriffen, sodass, wie man es leider inzwischen von der Top-Seite gewohnt ist, dort seit mehreren Wochen ein Sold-Out-Logo prangt. Also auch das völlig unverständlich für mich, wie man da so am Bedarf vorbei produzieren kann. Und ihr seht es, um das Chaos perfekt zu machen, haben die italienischen Vereine dann nicht 16 oder 18 Karts bekommen, sondern 17. Welche krummen Gedankengänge dahinter stecken, kann sicherlich nur derjenige bei Tops erklären, der dafür verantwortlich ist. Also mal schauen, ob ich diese Plätze dann irgendwann auch nochmal gefüllt bekomme. Wird wohl erst im nächsten Jahr der Fall sein. Los würde es mit Juventus Turin gehen. Dann käme Inter Mailand. Das dritte italienische Team wäre Atalanta Bergamo. Dann hätten wir Lazio Rom. Der zweite Verein aus der italienischen Hauptstadt mit dem AS Rom. Dann käme der AC Mailand. Und zu guter Letzt das siebte italienische Team mit dem Pokalsieger aus Neapel. So, nach den Italienern kommen dann die Franzosen. Und die waren dagegen direkt wieder in der Anfangskollektion mit dabei. Auch hier auffällig, dass wieder das Logo fehlt bei Paris. Dann haben wir das zweite französische Team mit Olympique Marseille. Und hier nimmt das Chaos dann vollends seinen Lauf, indem man Marseille mit 10 Karten ausgestattet hat. Und da ist natürlich dann auch wieder die berechtigte Frage im Hinblick auf die Sammelmappe. Warum tun es sich 9 Karten, sodass man hier auf der rechten Seite dann mit dem nächsten Team beginnen könnte? 10 ist so ziemlich die dämlichste Zahl, die man sich in Bezug auf die Sammelmappe einfallen lassen konnte. Und ich persönlich frage mich jetzt natürlich noch, und das habe ich leider noch nicht rausgefunden, ob die gerade in Frankreich erschienene Kollektion auch nochmal von der, die wir in Deutschland haben, abweicht. Und da vielleicht noch weitere französische Mannschaften enthalten sind. Dann müsste man nämlich noch ein bisschen mehr Platz lassen. Denn das, was ich hier freigelassen habe, ist bereits für das zweite portugiesische Team. Und das ist mit dem FC Porto der portugiesische Meister. Denn Tops hat mit Benfica nicht den Meister, sondern den Zweitplatzierten in die in Großbritannien und Deutschland erschienene Kollektion genommen. Sodass hier eigentlich zunächst der FC Porto hinkommt. Und der hat dann nicht 10, 16, 17 oder 18 Karten bekommen. Sondern um mal eine neue Variante einzuführen, 12 Karten. Dann kommt wie erwähnt Benfica. Die haben dann wiederum 18 Karten bekommen. Dann Zenit St. Petersburg mit 10 Karten. Der Klub Brücke ebenfalls 10 Karten. Und dann haben wir die Variante, die ich natürlich für Marseille, Zenit und Brücke, lieber gesehen hätte als diese 10 Karten. Nämlich die 9-Karten-Variante von Schachtdor Donets. Denn dann kann man auf der rechten Seite, so wie hier, mit dem nächsten Team weitermachen. Und das ist Basakshi hier aus Istanbul und nochmal eine neue Variante in der Anzahl der Karten mit 5 Stück für dieses Team. Dann haben wir noch die zwei schottischen Europa League Teilnehmer, die wir auch direkt aus der britischen Kollektion geerbt haben. Mit Celtic, Glasgow und den Glasgow Rangers. Jeweils mit 12 Karten. Und damit sind wir dann am Ende der Teams angekommen. Inzwischen hat Tops in Ungarn auch nochmal von Ferenc Varos ein komplettes Teamset mit 16 Karten veröffentlicht. Da zu halbwegs überschaubaren Preisen ranzukommen, dürfte aber auch nahezu unmöglich sein. Freut aber auf der anderen Seite auch wieder die ungarischen Sammler, die sich mit dem Verkauf der Karten auf Ebay dann mal locker ihre restliche Kollektion gegenfinanzieren können. Wer es noch nicht gesehen hat, die 16 Ferenc Varos Karten werden so für um die 50 Euro angeboten. Und damit zahlt man dann für ein Team fast so viel wie das, was man für die restliche Kollektion ausgegeben hat. Also man muss ganz klar sagen, in Bezug auf Trading Cards lohnt es sich definitiv in Ungarn zu leben. Auch Panini ist da ja sehr aktiv mit exklusiven Limited Edition Cards. Da kann man sich dann schon über die Verkäufe ins restliche Europa seinen Lebensunterhalt finanzieren. So, dann kommen wir zu dem Bereich mit den Special Cards und das sind zunächst die Star Player. Auch bei denen hat es Tops nicht geschafft, mal zumindest eine Doppelseite voll zu machen. 16 Stück gibt es davon in diesem Gold-Grün-Schwarzen Design. Und danach folgen die Cards mit den begehrten Youngsters aus den europäischen Ligen. Die Rising Star Karten ebenfalls auf diesem goldenen Hintergrund. Und statt dem Grün haben wir hier einen Violetten Farbton im Einsatz. Auch hier 16 und nicht 18 Karten, die genau wie die Star Player sehr schnell zu kompletieren sind. Also da war Tops sehr großzügig bei der Verteilung auf die Booster. Ähnlich sieht es bei den Man of the Match Karten aus, die auch mit vertretbarem Aufwand zu kompletieren sind. Ihr seht es, bei mir fehlt ganz links oben noch die Nummer 1 und hier unten die Nummer 25. Und da hat es Tops erstaunlicherweise hingekriegt, mit genau 27 Spielern das auf drei Seiten der Sammelmappe zu verteilen. Dann kommen die begehrten Club 100 Karten. Die zu kompletieren ist dann schon wieder deutlich schwieriger, zumal man hier in Deutschland offenbar Frenkie de Jong überproportional aus dem Booster entziehen kann. Glücklicherweise habe ich immerhin schon Erling Haaland gezogen. Aber ihr seht es mit fünf leeren Club 100 oder 100 Club, wie sie ja im englischen Original heißen. Und somit eigentlich auch in dieser Champions League Kollektion fehlt da dann noch einiges. Komplett hingegen die fünf Hatwick Heroes, die wieder im Design der Man of the Match kommen. Und dann haben wir hier ganz unten noch die Agent Card aus dem Starter Pick, die ja so eine Glanzveredlung bekommen hat. Ich glaube, das seht ihr, wenn ich das Ganze mal so ein bisschen im Licht bewege und sich dadurch von der Taktik-Karte unterscheidet, die wir bereits zu Beginn des Albums gesehen haben. So, und ihr habt es sicherlich schon gemerkt, ich bin dann, um am Schluss des Albums nicht so viel Leerraum zu haben, auf einseitige Einsortierungen und Karten gewechselt. Je nachdem, was da von Tops in nächster Zeit zu dieser Kollektion noch kommt, kann man hier aber natürlich auch wieder auf die doppelseitige Darstellung wechseln. Zunächst haben wir die Superstars aus dem Starter Pack. Dann habe ich ein bisschen Freiraum. Ich habe bisher erst eine von den insgesamt fünf Tints, die es ja gibt, geöffnet. Die fünfte ja exklusiv nur in Großbritannien erschienen. So, von daher also hier noch jede Menge Platz zwischendrin für die Karten aus den restlichen Tints. Und welche ich schon geöffnet habe, das habt ihr hier im Video schon sehen können, sind die Wild Cards mit den begehrten Youngsters, wie unter anderem Ansu Fati, Mason Greenwood und hier auf der zweiten Seite Giovanni Rehner und Erling Haaland. So, danach kommen dann die Karten aus dem Update-Set. Die hatte ich zunächst auch schon überlegt, in die Vereinssortierung vorne mit aufzunehmen. Macht dann aber unterm Strich wenig Sinn, dass ich dann Karten doppeln würde, denn Ibrahimovic und Donnarumma beispielsweise sind ja dann in der italienischen Kollektion auf den Karten des AC Maynard enthalten und haben da eine andere Nummerierung bekommen. Also von daher habe ich die Update-Cards genau nach der vorgegebenen Nummerierung hier hinten hin sortiert. Und da sieht man dann auch schön die ganzen Vereine, für die ich im vorderen Teil des Albums Platz gelassen habe. Einzig Ajax Amsterdam ist ein Verein, der ausschließlich bei den Update-Cards vorkommt und in sonst keiner anderen Kollektion und Arsenal, die ja die eigene Nummerierung bekommen haben, haben wir ja vorne bereits bei den englischen Teams gesehen. So, dann noch die Super-Signing-Karten aus den Update-Multipacks und auch die zeigen ganz gut, dass Topps inzwischen selbst den Überblick über die eigene Kollektion verloren hat, denn wie ihr sehen könnt, sind die mit SS und der jeweiligen Zahl durchnummeriert und haben damit genau die gleiche Nummerierung bekommen, wie die im Starter-Pack enthaltenen Superstar-Cards. Also Topps ist mit diesen Super-Signing-Cards geschafft, doppelte Nummerierung in dieser Kollektion unterzubringen. So, auch hier 16 statt 18 Cards, warum soll das Ganze auch vernünftig in die Sammelmappe passen? Und dann sind wir zum Schluss bei den Limited-Edition-Cards angekommen und hier haben wir, da die Kollektion ja nahezu 1 zu 1 aus Großbritannien übernommen wurde, oder auch dieses ungeliebte Gold-Silber-Bronze-System aufgedrückt bekommen. Natürlich mit dem Nachteil, dass die Cards in Deutschland nicht so einfach erhältlich sind wie in Großbritannien. Von daher dürfte es äußerst schwer werden, sämtliche Limited-Edition-Cards für diese Kollektion zusammenzubekommen. João Felix sehen wir unter anderem aus der Wild Cards Megatin. Dann haben wir hier unten noch Erling Haaland, der in der Bravo Sport enthalten war. Die Bronze Limited Edition von Golo Conte und dann die Emerald und die Diamond Limited Edition Cards aus den Update-Multipacks. Ja, das waren alle bisher vorhandenen Karten aus dieser Kollektion. In Großbritannien hat Topps dann vor kurzem nochmal eine Festiv-Box veröffentlicht, die nochmal 75 weitere Karten enthält. Allerdings in einer solchen kleinen Auflage, dass man kaum eine Chance hatte, eine solche Box zu ergattern. Das ist aus meiner Sicht besonders schade, da darin wirklich schöne Karten enthalten waren, von denen ich mir zumindest die Einzelkarten der beiden begehrtesten Dortmunder sichern konnte. Und die zeige ich euch natürlich nochmal eben. Da haben wir Jaden Sancho auf den Karten im Weihnachtslook. Und unter anderem enthalten die 2020 Star-Karten, zu denen dann Erling Haaland gehört. Aber neben diesen beiden auch noch zahlreiche andere schönen Karten in dieser Festiv-Box. Unter anderem auch Legenden-Karten. Und da ist es aus meiner Sicht umso mehr ein Unding, dass Topps diese Box auf eine solch kleine Anzahl limitiert hat und nicht allen Match-Tech-Sammlern ermöglicht, diese zu erwerben. Mal ganz davon abgesehen, dass es sie mal wieder nur im britischen Topps-Shop gibt und gar nicht erst in Deutschland angeboten wird. Heißt also, selbst wenn ihr euch bei Verfügbarkeit eine solche Box da bestellt, kommen nochmal happige Versandkosten drauf. Also ihr merkt, es gibt leider einiges an dieser Kollektion und an Topps in diesem Jahr zu kritisieren. Was ich persönlich äußerst schade finde, denn diese Match-Tech-Kollektion kann, wenn sie denn mal komplett ist, zu einem richtig schönen Sammlerstück werden. Aber mit diesen ganzen Limitierungen, künstlichen Verknappungen und permanente Nichtverfügbarkeit der Produkte, macht Topps es natürlich einem wahnsinnig schwer, diese Kollektion vernünftig zu sammeln. Ja, das sind also meine Eindrücke und all das, was ich bisher von dieser Kollektion gesammelt habe. Was ihr von all dem haltet, was Topps mit dieser Champions-League-Match-Tech-Kollektion in dieser Saison mit uns veranstaltet und wie weit ihr mit eurer Kollektion schon seid, das dürft ihr natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Auch alles andere, was ihr zu dieser Kollektion loswerden möchtet, freue mich da sehr über eure Rückmeldung. Vergesst auch nicht nochmal aufs Däumchen nach oben zu klicken, wenn ihr bisher noch kein Like da gelassen habt. Und wenn ihr hier noch nicht regelmäßig dabei seid, aber die weiteren Videos aus diesem Mappen-Update-Adventskalender sowie alles andere zu Stickern und Trading-Cards nicht verpassen wollt, sichert euch noch schnell das kostenlose Kanal-Abo. Aktiviert anschließend die Glocke und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald hier was Neues online geht. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!